Hänseleien zwischen Geimpften und Ungeimpften kommen, schwierig vorherzusehen. Vielleicht sollte man dann die hier anwesenden Schüler und Schülerinnen fragen, ob so etwas stattfinden kann. Ich kann nur umgekehrt sagen, es kann ja dann nicht die Ursache sein, von der Impfung abzuraten, damit es nicht zu Hänseleien kommt. Also, wenn es dazu kommt, dann ist das vielleicht zu akzeptieren. Am besten ist, wenn alle, die eine Impfung erfahren können, sich auch impfen lassen.